Was geht ab Freunde und herzlich willkommen zum zweiten Part Raketen in der Dämmerung an Silvester. Wir haben wieder einige Raketen hier am Start inklusive Goldrausch, Pyroart, Meko, alles dabei. Wir fangen mit einer Panda-Rakete an, die Green Star, aber für die Größe nicht schlecht. Die Börnen von Leslie. Oh, die war eigentlich ganz nett. Die Thunderball von Niko. Einen Fisch-Effekt gehabt. Jetzt die, wie heißt die, Dragster von Riko. Mit dieser typischen Bombette drin. Goldrausch-Rakete 2. Ah, sehr nett. Turbulen Blau. Schöne Blinker. Die X7 von Pyroart in Lila. Mikro-Bomben-Rakete. Oh, Alter, diese Blinkwelle. So, und zum Abschluss die Gold-Rakete 1. Was ist das? Ah, die war nicht so stark, ne? Ja. Sie haben so einen starken Zerweggang gehabt. Corona-Gold. Na ja, gut. Dann sehen wir uns im nächsten Video heute. OFF-